Als ich noch klein war, wurden Kerle wie ich dazu erzogen, Kodexe zu befolgen. Hey, Wichser! Was hast du gesagt? Was? Antonio Soprano. Dürfte ich Sie bitte einen Moment alleine sprechen, Mrs. Soprano? Laut Stanford Binet-Test verfügt er über einen hohen IQ. Sie können mir nichts weismachen. Er hat einen Durchschnitt von 4+. Naja, er bringt sich nicht ein, aber er ist klug. Die Ergebnisse zeigen seine Führungspersönlichkeit. Hey, Onkel Dick. In der Familie groß zu werden. Fordert Opfer. Du bist mein Netto. Ich möchte alles für dich tun, was ich kann. Schenke ich dir. Ich will aufs College. Wenn ich mich damit erwischen kann, ich das knicken. Du nimmst diese Box, ja? Und im gleichen Augenblick schwörst du dir, das ist das letzte Mal, dass ich irgendwas klaue. Ganz einfach. Lass mich mit ihm reden. Er hört nur auf Dickie. Es muss was passieren mit Dickie Mortisanti. Manches, was du tust, gefällt Gott vielleicht nicht. Sei ihm ein Vorbild. Und er wird sich richtig entscheiden, der Junge. Hat es drauf? Oh, ich bin jetzt wieder raus. Was deine Neffen angeht. Ich bin ganz so. Halt dich aus deinem Leben raus. Ich bin ganz so.